Boah, ich brauche Urlaub! Geht es dir auch so? Dir dein Bürojob irgendwie auf die Nerven? Das deutsche Wetter? Kannst du nicht mehr sehen? Du hast irgendwie total Lust auf Lifestyle? Und irgendwie nichts gelingt hier? Weißt du was? Dann komm doch mit uns mit! Denn wir sind die Flirt-University. Bei der Flirt-University geben wir ein Coaching-Programm, was sich gewaschen hat. Normalerweise rennen wir in Deutschland rum, aber diesmal nehmen wir dich mit. Und zwar nach Spanien. Dort wirst du lernen, wie du Kontakt aufbaust zu echten Menschen. Ja, und zwar möchten wir dich gern mitnehmen als Flirt-University-Austauschstudenten. Du wirst ein Pro-Seminar im Pool haben. Du wirst so manch geile Vorlesungen auf unserer Boots-Party erleben können. Und zu aller guter Letzt wirst du den entspanntesten und geilsten Urlaub mit der besten Mannschaft haben, die du je erlebt hast. Du wirst neue Leute kennenlernen und es tut mir leid, es dir sagen zu müssen. Aber es gibt so manche heiße, analysische Mitstudentinnen. Insofern, wenn du in diesem 5-Tage-Programm dich komplett verändern willst und den Urlaub deines Lebens erleben willst, dann bewirb dich jetzt hier auf einem Platz in unserem Malaga Premium Coaching. Maschinen